Bist du Geschäftsführer und es geht ja auch so, dass du gerade das Gefühl hast, von einem Feuer zum nächsten zu laufen und irgendwie nichts richtig abgeben zu können? Genau darum geht es in diesem Video. Wir wollen uns einmal konkret anschauen, wie schaffst du es als Geschäftsführer, Sachen gut zu delegieren, was solltest du abgeben, was solltest du nicht abgeben und was sind die größten Fehler, die man da machen kann? Viel Spaß dabei! Ja, erstmal herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch am Start diesmal. Und wir schauen uns jetzt einmal das spannende Thema an, was uns als Geschäftsführer irgendwie alle jeden Tag betrifft. Ja, wie kann ich eigentlich Aufgaben abgeben? Wie kann ich mir eigene Zeit freischaufeln, um mich mit dem Wachstum zu beschäftigen, erstatt die ganze Zeit im Tagesgeschäft festzuhängen? Und das ist sicherlich ein Thema, was Handwerksbetriebe so stark betrifft, wie kaum eine andere Branche. Und ja, wir wollen heute mal so die Best Practices mitgeben, die Sachen mitgeben, wo wir feststellen, das kriegt man gut delegiert, das kriegt man nicht so gut delegiert. Und ja, Marvin, ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Also, um das ganze Thema mal aufzuschlüsseln, du hast ja eben schon so über die Probleme und die Symptome gesprochen. Ja, man hat das Gefühl, man rennt ständig von einem zum Feuer zum nächsten. Man muss irgendwie alles selber machen, damit es ordentlich wird und so weiter. Und ich finde, was eigentlich jeder Geschäftsführer machen sollte, wäre erst mal sich klar darüber werden, was macht er eigentlich gerade? Und das ist schon mal so der erste Step zur Besserung, dass man erst mal sich selber bewusst macht, was mache ich jetzt eigentlich gerade? Wir machen das auch selber regelmäßig. Und diese Übung machen wir auch häufig mit unseren Partnerbetrieben, mit den Geschäftsführern. Dass wir einfach mal sagen, schreib einfach mal auf, was für Tätigkeiten du den ganzen Tag über machst. Weil dann fällt dir erst mal auf, was machst du eigentlich für Aufgaben, die eigentlich nicht deiner Qualifikation entsprechen sollten. Und ja, dabei fällt einem halt auf, dass man manche Sachen macht, die man jemandem abgeben könnte, der gar keine Vorwissen, gar keine Vorerfahrung braucht, gar nicht das Fachwissen braucht, was du brauchst, sondern dem das einfach nur sehr, sehr einfach geschult werden könnte und er diese Aufgaben sehr, sehr einfach anarbeiten kann. Und diese Awareness dafür, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, das ist meiner Meinung nach erst schon mal das Wichtigste. Ja, es hat auch ganz viel mit Akzeptanz zu tun. Was akzeptierst du aktuell im Tagesgeschäft? Akzeptierst du es, wenn der Kollege reinkommt und sagt, ey, die Rechnung kannst du nicht mal prüfen? Akzeptierst du zu sagen, ja, okay, ich prüfe sie oder du sagst dir, nee, warte mal, warum kann er die nicht selber prüfen? Was braucht er, damit er die prüfen kann? Das sind eigentlich die Fragen, die man sich dann irgendwann stellen muss. Und dann brauchen wir natürlich noch Ideen, wie man das dann lösen kann, das ist klar. Aber überhaupt erst mal drüber nachzudenken, zu sagen, dass es nicht normal ist, es ist nicht gewünscht, dass er jetzt reinkommt und nach der Rechnung fragt. Diese Akzeptanz haben halt viele, bei denen es normal ist, die sagen, ja, es ist ja ganz normal, dass ich die wichtigste Person bin, so ist es halt. Müsste jemanden finden, der genau so schlau ist wie ich, so ungefähr. Aber es geht ja doch anders. Ja, ich habe auch mal ein ganz gutes Bild dazu gehört. Und zwar ist es so, du kennst die Situation vielleicht, wenn ein Mitarbeiter oder ein Kollege reinkommt in dein Büro oder zu dir ins Büro oder wo du auch sitzt und sagst, hier Chef, ich habe hier nochmal ein Thema, kannst du das mal anschauen? Oder kannst du dich da mal drum kümmern? Oder wir müssen das nochmal hier machen und so. Und du musst dir vorstellen, das ist wie so ein kleines Äffchen, was der Mitarbeiter da mitbringt in deinem Büro und dieses Äffchen sozusagen mit auf deinen Schreibtisch setzt und dir diese Aufgabe sozusagen da übergibt. Und jetzt musst du dir vorstellen, von diesen Äffchen hast du jetzt nicht nur eins da sitzen, was du irgendwie betreuen und beaufsichtigen musst, sondern es kommen dann noch einmal andere Mitarbeiter oder der Mitarbeiter kommt noch mit anderen Themen und dann gibt es noch Äffchen, die von Kunden reinkommen in dein Büro und auf einmal ist dein ganzes Büro voller kleiner Äffchen, die da rumspringen und die sozusagen alles da unordentlich machen und so weiter. Und das willst du eigentlich nicht. Du willst eigentlich, dass dein Mitarbeiter kommt mit dem Äffchen und du ihm dann die, also im Idealfall muss er gar nicht zu dir kommen, aber falls er zu dir kommt, musst du dir auch mal bewusst machen, nein, also ich lehne das jetzt ab, dass ich diese Aufgabe übergestimmt bekomme, sondern ich befähige jetzt den Mitarbeiter, entweder das selber zu lösen oder ich überlege mir, wie kann es in Zukunft dazu führen oder wie kann ich dafür sorgen, dass der Mitarbeiter gar nicht mehr zu mir kommen muss und mich fragen muss. Wie kann ich da vielleicht irgendwie mehr Informationen zur Verfügung stellen, wie kann ich das transparenter machen, dass die Information selber eingeholt werden kann und so weiter. Ja, und aber einfach sich bewusst machen, nein, ich nehme das jetzt nicht an, sondern ich befähige den Mitarbeiter jetzt, dass er sich selber eine Lösung überlegen kann und es dann selber lösen kann. Aber das ist, denke ich, ein Problem, was auch ganz viele Geschäftsführer haben, dass sie auch einfach über Jahre hinweg das akzeptiert haben, dass sie eben diese Aufgaben annehmen und dann auch in gewisser Weise auch so ein Gefühl aufkommen von, naja, man fühlt sich dann ja auch ein bisschen wichtig, wenn man diese ganzen Aufgaben sozusagen löst, naja, die können hier alle nicht ohne mich und so weiter, dieses Syndrom, das haben, denke ich, auch viele und das ist auch ganz schwer, das sich bewusst zu machen überhaupt, dass man da drunter leidet. Aber ja, im Endeffekt geht es ja darum, dass du das Geschäft voranbringst, dass du überlegst, wie können wir vielleicht weiter wachsen, wie können wir den Betrieb sicherer aufstellen, wie können wir vielleicht mehr Mitarbeiter finden und so, dass du wirklich an Sachen arbeitest, die einen langfristigen Hebel haben in deiner Firma und nicht so im Tagesgeschäft gefangen bist. Es gibt auch genug Leute, die uns dann sagen, wenn wir mit denen darüber das Thema reden, die sagen, ja, also, ich will ja auch gerne arbeiten, ich arbeite ja auch gerne und ich möchte ja auch weiterhin das machen. Das ist alles komplett in Ordnung. Es ist nur eine krasse Ausrede zu sagen, ich möchte das gerne machen und deswegen werde ich es nicht systematisieren. Das ist einfach eine mega Ausrede, weil stell dir einfach mal vor, und das haben wir gehabt, solche Fälle, du fällst mal drei Monate aus. So, ich stelle vielen die Frage, was passiert? Und wenn du jetzt drei Monate nicht da wärst, ja, dann können wir zumachen. Das ist dann meistens die Antwort. Und wenn man wirklich ehrlich ist, ist das auch meistens die Konsequenz, wenn man nicht schon gut strukturiert ist. Und keine Ahnung, also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass du drei Monate ausfallen wirst, aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das einmal, zweimal im Leben passiert, ist halt doch relativ groß. Und ich weiß nicht, wie viele Leute du jetzt hast, wie viele Mitarbeiter du hast, egal ob es einen oder ob es jetzt 100 sind, dass diese Leute dann auf die Straße gelten werden, weil du davor einfach nicht mal die Disziplin mitgebracht hast, die Sachen, die du regelst oder erledigst, so aufzustellen, dass sie auch von einer erledigt werden können, das ist dann halt sehr, sehr traurig. Und das ist auch in meinen Augen ein großes Problem, was das Handwerk generell betrifft, dass es halt dadurch für sehr viele unattraktiv ist, auch Unternehmen zu kaufen, Handwerk, weil die einfach überhaupt nicht strukturiert sind. Das ist das nächste Thema. Je besser strukturiert es ist, desto mehr es ist wert, desto besser kann man es auch mal verkaufen, wenn man doch sagt, hey, gesundheitlich gesehen, aber auch genug schon erlebt, geht es mir jetzt einfach sehr, sehr schlecht gerade, ich mache den Laden zu. Das kann eine Option sein, die andere Option kann sein, ich habe den Laden gut strukturiert, er kann eben wieder weiterlaufen auf kleiner Flamme, sodass ich immer noch mein Geld reinbekomme, die Kunden immer noch weiter glücklich sind oder ich verkaufe ihn einfach und habe dafür eine 6- bis 7-stellige Summe, die ich einfach mehr habe im Leben. Also das sind halt alles Fragen, die man sich stellen muss und man muss sich selber fragen, weil die reine Systematisierung, das danach dann zu strukturieren, ist einfach nur ein Weg, der dann passiert. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das muss man erstmal rausfinden, das ist alles schon gelöst, da kann man sich zweifelig über uns melden, kann man darüber sprechen. Das ist alles kein Problem, aber erstmal überhaupt zu sagen, ich akzeptiere den Zustand nicht mehr, dass es so ist, das ist die größte Hürde. Daran scheitern 99 Prozent, die das nicht machen. Und das ist halt sehr, sehr traurig, finde ich, weil es ist wirklich nur alleine eine Entscheidung im Kopf. Ja, also wie gesagt, ich denke, dieser erste Schritt ist erstmal das Wichtigste, dass man sich das erstmal bewusst macht und das nicht mehr akzeptiert und dann, weil man kann, man kann jeden Abend nach Hause kommen und sagen, ja, hier schon wieder alle nicht alles richtig gemacht und so weiter. Man kann da viel meckern. Man kann viele Leute aufregen, man kann sagen, die werden alle nicht schlauer, es gibt keine Leute mehr, die mitdenken. Man muss sich dann, man muss sich dann an die eigene Nase fassen und ja, weil letzten Endes, wenn irgendwas in deiner Firma nicht läuft, dann ist der Einzige, der eigentlich daran schuld ist, das bist du. Und wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du irgendwie in einem Hamsterrad gefangen bist und alles selber machen musst, dann liegt das nur daran, dass du ja noch nicht geschafft hast, diese Aufgaben sauber zu trennen. Also was musst du wirklich als Geschäftsführer machen und was müssen deine Mitarbeiter machen? Ich finde es sehr gut, was du gesagt hast, also dieses Thema, du bist verantwortlich, weil im Endeffekt, du bist dafür verantwortlich, welche Leute du ausgewählt hast. Du bist dafür verantwortlich, welches Marketing du gemacht hast, diese Leute zu finden. Du bist dafür verantwortlich, was du denen an die Hand gegeben hast. Das ist komplett deine Verantwortung und das ist auch gut so, weil du dadurch auch die Möglichkeit hast, das zu ändern. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, weil das wirklich dir auch nochmal aufzeigt, welche Optionen hast du überhaupt, was kann man überhaupt alles machen. Und ja, den kompletten Zustand hast du jetzt aktuell zu verantworten. Also kannst du dir noch ändern. Das ist eigentlich sehr, sehr simpel. Und übrigens, es ist keine Ausrede zu sagen, es gibt keine guten Leute da draußen. Es gibt Betriebe, die laufen ohne den Chef. Es gibt Betriebe, die funktionieren ohne, dass der Inhaber da jeden Tag ist. Und wenn es Betriebe gibt, die so funktionieren, auch in deiner Branche, die gibt es garantiert, dann geht es auch bei dir. Das ist ganz simpel. Sobald es ein Beispiel gibt, es ist ganz schwer, was zu belegen oder was zu beweisen, was es nicht gibt sozusagen. Es gibt nur ganz wenig mathematische Sachen, wo man sagt, okay, das ist erwiesen, dass es nicht funktioniert. Sobald es ein Gegenbeispiel gibt, kannst du davon ausgehen, dass es funktioniert. Das ist möglich. Und dann musst du nur rausfinden, wie es geht. Von daher würde ich sagen, wenn du da mehr zu wissen möchtest, wir machen noch sehr viele Videos, die in diese Richtung gehen, auf jeden Fall, Kanal abonnieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, ja, Daumen nach oben geben, damit auch mehr Leute das sehen. Kommentiert auch gerne drunter, was du generell von dem Thema hältst, wie weit du schon dein Unternehmen strukturiert hast, ob du drei Monate wegbleiben könntest und dein Laden trotzdem läuft. Und ansonsten, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.